hallo und willkommen zur nächsten folge unserer challenge rift serie wir sind in woche 25 angekommen wieder mal mit einem magier set dabei haben wir wie wir schon sehen den ist der da begast im kreis rennt dann gehen wir mal was hat wir haben wieder mal kein set sondern nur wieder die zwei ringe die pro alten gegenstand unseren der mensch massiv erhöhen ja deshalb kein set nicht wirklich was was man sich angucken kann soweit ich das sehe basiert es einfach wieder darauf der fähigkeit gedrückt zeit heißt hier in dem fall des integrieren und dann werfen wir wieder meteoriten um uns ich sehe gerade wir haben keine brust in dem club oder kein habe ich werde ich bei blizzard brauchen wir auch nicht wie gesagt es einfach nur rechtsklick und meteor wird vermutlich lustig nicht vergessen 12 drücken und dann und drei leben folgt irgendwie ja aber man hat echt wenig leben was so über eine million aber es tut auch weh empfiehlt er gut okay wir sind auf einem 50er rift das ist ja was halt eigentlich ist es auch also sie ist ja wir haben kein problem die gegner überhaufen zu grillen also überhaupt nicht ich habe hier was gelbes dann viel spaß damit weil ich habe es hat mich hinten eingesperrt ich komme schon nicht eile ich habe was blaues aber für das natürlich aber für das noch ein weg ja ich weiß zwar nicht was mich getötet hat aber aber auch die mann hier oben ist noch ein hammer fluss ja ihr sehen ganz viele es tut mir leid ich bin hier gerade beschäftigt auf dem kommt auch noch einmal das war das ist irgendwie banane was ich hier gerade macht das liegt aber an dir weil ich sterbe irgendwie komischerweise gar nicht ja frag mich was besseres ich werde mit der wm unity an ich habe es bloß nicht gesehen und du tötest mich die ganze zeit ich tötete ich klar natürlich ob keine unity denn klick mal nach nein haben wir auch keine unity an die ich gar nichts da kam sonst gelbe ist um die ecke und hat mich angezeigt bin einfach umgefallen ok das soll ich jetzt glauben oder verzeihen keine ahnung weiß ich nicht guck steht direkt neben mir das ding hat mich über den haufen gerollt ich grill es gerade einfach nur über den haufen ja also seine ganzen freunde habe ich auch gegrillt aber den halt der wollte nicht blitter mäuschen also ich sehe sie mir immer noch relativ gut vor der zeit kann das sein weil ich brauche es aussieht du brauchst halt nicht viele gegner ja du brauchst halt nicht viele gegner weil es hier kaum welche gibt hier hier du bist du du bist du offen hier unten ist der ausgang sagt also gelaufen ein verschwender fritzel verloren egal also teilweise verschwendet na ja das ist wieder nur eine gerade ebene also da sind ja leben das stimmt auch wieder das tut auch weh mensch das ist echt blöder rift ja das brauchen wir es jetzt nicht nach oben ja geil oder bach also meine ganze zeit gemacht was denn hier los das blaues aber jetzt positionieren wir uns hier oben ich habe keine energie mehr ja dünnen pro 5 5 minuten 5 das kann ja eigentlich nix werden das ist falsch gedrückt es nicht braucht es ist es geht doch so 250 das geht so schlecht war mir selten das am ersten run ja gut ob ich jetzt schlechteres erwartet bei fünf minuten 251 ist es wir werden es vermutlich noch mal machen seht ihr dann ja im nachtrag bestimmt das können wir so nicht brauchen und dann wenn euch die folge gefallen hat lasst doch einfach ein kommentar abo oder like da wir freuen uns über alles und dann sehen wir uns im nachtrag oder in der nächsten folge bis dahin ist dahin macht's gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020